Was genau ist hier gerade passiert? Also der hat es hier gerade perfekt abgefangen. Ja, das Heck ist ausgebrochen. Er hat es perfekt abgefangen über die Lenkung. Du musst es im Popometer merken, wo das Auto hingeht und dann entsprechend gegenlenken. Also geht das Heck nach links, links nach links gegen, geht es nach rechts, lenkt es nach rechts gegen und bringt es danach wieder über die Lenkung in die Geradeaus-Position. Also wir haben hier die Hydraulikplatte. Du siehst, das Auto wird mit der Hinterachse weggedrückt. Das simuliert ungefähr eine Aquaplaning-Situation. Hinterachse schwimmt auf, hat keine Führung mehr und dadurch kriegt das Auto eben halt relativ schnell einen Schlag zur Seite und du musst versuchen, über die Lenkung das Auto abzufangen. Okay. Ja, das hast du gut gemacht. Also das Heck ging nach links weg, hast du schön gegengelenkt, hast auch wieder zurückgelenkt, aber da kam ein Gegenpendler. Der Gegenpendler ist meistens der etwas heftiger. AMG 50 Jahre Driving Performance.